Hier am Airport in Sameden St. Boris ist so viel los, dass sogar die Jets draussen auf der Piste abgefertigt werden müssen. Das sehen Sie da hinten am Horizont. Ich bin jetzt gerade ein bisschen näher. Vom Palace Hotel ist der Rolls-Royce hingefahren und der Bus. Und das gibt es natürlich auch, das muss man sich einfach mal geben, ja, dass auf dem Rollfeld die Maschinen abgefertigt werden. Weil, wenn wir das hier anschauen, hier ist alles komplett. Also hier haben die grossen Jets kaum mehr Platz. Früher waren hier lauter kleine Jets, also mit so einem wie wir Flieger, mit der Sightician 525. Und mittlerweile werden die Jets immer grösser. Also da soll jemand noch behaupten, es wäre kein Geld vorhanden. Das ist wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt wird auch drüben die Maschine ausgeladen. Das wird jetzt auch wieder so eine halbe Stunde dauern, bis sie komplett ausgeladen ist. Wenn wir hier den deutschen Jet anschauen, ist sie jetzt auch fertig. Ein Bus voll, ein paar Anhänger voll, der kleine Kombi voll. Gut, dann gehe ich jetzt mal eine heiße Opo trinken.